Damen und Herren, es ist soweit. Ich hoffe, wir haben was Schrott verkauft. Wir können uns jetzt die neue, gute Altbrüstung gönnen und wir haben diese übersprungen, die werden wir einfach ignorieren. Können wir uns die Beine auch noch leisten? Die können wir uns auch noch leisten. Sehr cool, sehr cool. Ich möchte ihn abschließen. Also wollen wir ein gutes Licht für diese Umwandlung von Jacks und Skelett zu effizienten Commander. Wo ist sie, die neue Rüstung? Die Hose, schaut mal. Ja. Von hinten schaut sie gut aus. Ich habe mir den Rock, den der andere hat, erwartet. Ich sehe was, was der hat, der Kampfhausbilder. Schauen wir, ob die Lehrerin noch eine Mission für mich hat. Sonst jemand, der mir über den Weg läuft, der eine Mission für mich hätte. Der Typ zu mir betteln kommt. Ah, der Typ. Unglaublich. Um ehrlich zu sein, er ist sehr effektiv für sein Battle. Hier. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ich habe kein Elex mehr. Da fehlt noch was. Ich habe kein Elex mehr. Alles verkauft. Ah, ich hätte ihm so gern was gegeben. Ich hätte mal wieder Arbeit für dich, falls du Interesse hast. Ich habe Interesse. Worum geht es diesmal? Ich habe die Unterrichtseinheit über Biotech-Wissenschaften beinahe abgeschlossen. Allerdings fehlt mir noch die größte Errungenschaft unserer Biotech-Ingenieure von damals. Das Herz eines Zyklopen. Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Ich bring dir das Herz eines Zyklopen. Gut, das wird meine Schüler freuen. Diesmal bringt es leider nichts, mit Ködern zu arbeiten. Zyklopen lassen sich nicht anlocken. Zudem brauche ich für meinen Unterricht das Herz sowieso in Reinform, ohne Kontrastmittel. Also melde dich wieder bei mir, wenn du einen Zyklopen gefunden und erlegt hast. Wo finde ich einen Zyklopen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Zyklopen sind selten geworden. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Lustiges. Ich habe gerade ein Herz eines Zyklopens verkauft. Aber vielleicht finden wir einen wieder in der Stadt, da bei den Borkons. Wo ist diese Stadt? Hier. Ja. Ja, krass. Downstown, Mitte. Da war doch ein Zyklop. Warnung! Mutantenaktivitäten in diesem Gebiet festgestellt. Ursache unbekannt. Gut zu wissen. Ich werde vorsichtig sein. Zyklopen. Da brauchen wir nicht vorsichtig sein, Mr. Commander Charks. Krass. Strukturen weisen viele Instabilitäten und Unterricht auf. Und was soll mir das jetzt sagen? Erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber. Feindliche Hinterhalte. Fallende Steine. Angriffe von erhöhten Positionen. Giftige Ablagerungen. Gefährliche... Ich habe es verstanden. Ich sollte vorsichtig sein. Ich werde ganz vorsichtig alle Beißer vernichten. Ah, naja. So viel halten wir dann doch nicht aus. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Geht doch nur ein Zyklopen finden. Geht doch zu schwierig sein hier. Ah. Geht doch nur ein Zyklopen finden. Geht doch zu schwierig sein hier. Einzig Dops hier. Rappen. Geht doch mal geflogen, die Ratte. Das ist wieder was gleich. Nein, auch nicht. Mist. Geht doch nur eine hässliche Ratte. Äh. Small Rat. Small Rat. Small Rat. Small Rat. Ich bin nicht zum Luten da. Ich bin nur zum Zyklopen suchen. Schlecht. Schlecht das für mich. Richtig schlecht das. Besser ein Typ. Dich erledige ich im Handumdrehen. Doch. Dein Zyklopen. Oh. Ich bin einfach nicht im Markt, Kommandor Cacksan. Oh du der Drecksack. Du willst Ärger? Kannst du ab? Ich will nur Zyklopen. Irgendwichtigs. Das war doch einer, oder? Was schießt du am Bro nicht? Nein, ist auch kein Zyklop. Ah! Ich bin voll ein fetter Feid. Noch ein Skarnaten habe ich. Eine hatte ich. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Warte, mich hat auch versucht, die City durch. Nichts. Das wäre eine fette Loot City, die da. Da gibt es sicher eine fette, legendäre Waffe. Ah, machen wir das doch. Machen wir es doch hier mal weiter. Ja. Weiter, weiter, weiter. Wenn wir uns weiter der dunklen Seite widmen. Was habe ich noch in meinem Inventar, nachdem ich schon fast alles verkauft habe? Die richtige Hose an? Habe ich nicht mal die richtige Hose an? Eieieiei, was stimmt mit mir nicht? Auch damit gegen Gift eingesetzt. Mist. Lasten zu schwer zu merken. Wer würde eh noch was Legendäres finden? Save me. Da ist mal nichts Legendäres drin. Nur legendäre Loot will ich hier. Nur legendäre Loot. Meine Lootbrille aufsetzen dafür. Ist leichter. Ist leichter. Ist leichter. Die Arbeit Ergleichung. Ist leichter. Ist leichter. Ist leichter. Okay. Interesting here. das gibt es überall fliege weiter rauf aus hier ist der weg auf dieses haus ok Wir sind auf Erkundungstour hier. Da sieht es aus, als würde ich da ganz raufkommen. Hier noch etwas. Komm schon, Quacks. Eroskop. Das ist doch eine legendäre Wache. Das ist doch irgendwo etwas für legendäres liegen für mich, oder? Was? Nichts legendäres für Jerks. Gleich hier oben, genau. Elder Landing. Ja. Oh, das wird sich nicht ausgehen, das kann ich jetzt schon sagen. Dein Spiel hat sich geschlossen. Dein Spiel hat sich geschlossen. Hmmm. Hmmm. Ja. 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 Ja.